Ja, hallo Leute und ich wollte euch kurz nur was mitteilen und zwar, ich habe euch ja gesagt, ich werde meine epische Montage von Assassin's Creed ab 200 Abonnenten hochladen. Ja und ich habe jetzt schon 207 Abonnenten und ja, das Problem ist halt, ich habe mich in letzter in den letzten Tagen so auf mein Dead Space 3 und auf mein Aliens Colonial Marines und auf mein Bioshock Let's Play konzentriert, dass ich die epische Montage nicht, ich habe sie nicht vergessen, ich habe schon alle Videos, die ich eigentlich brauche, habe ich schon runtergeladen und gedownloadet und was weiß ich was. Ja und deswegen, ich wollte euch sagen, ich werde in der nächsten Woche oder in der nächsten zwei Wochen werde ich auf jeden Fall anfangen, die epische Montage zu machen. Es dauert jetzt halt etwas länger, es tut mir leid, aber ja, ich denke mal, ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen, weil die epische Montage wird auch episch, keine Sorge. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt halt in letzter Zeit kaum Zeit wegen meiner Aliens, wegen meiner Dead Space 3 Let's Play und alles wegen meinem Aliens Colonial Marines Let's Play und wegen meinem Bioshock Let's Play. Und was auch noch so dazu kommen, ist meine Kanalvorstellungen und alles. Ja, übrigens, mein Happy Wheels Let's Play und mein Cleverbot Let's Play, das wird auch noch fortgesetzt, aber wie gesagt, ich habe gerade kaum Zeit, ich bin gerade unter Zeitdruck, aber ich versuche das alles so gut wie möglich hinzukriegen. Ja, okay, dann habe ich das jetzt auch gesagt, weil ich wollte euch einfach sagen, dass die epische Montage dann in der nächsten Woche oder in der nächsten zwei Wochen ungefähr kommt. Ich weiß noch nicht genau, ich werde euch dann auch nochmal wahrscheinlich Bescheid geben, auf jeden Fall. Ja, okay, dann das war es eigentlich, das war meine Info, die ich euch jetzt mitteilen wollte. Ja, okay, dann sehen wir uns hoffentlich wieder in meinem Let's Play oder in was weiß ich was, in meiner Kanalvorstellung oder keine Ahnung. Okay, ja gut, also bis dann und bis zum nächsten Mal. Ich habe mich noch übrigens noch gar nicht bedankt. Für alle, die abgestimmt haben, danke nochmal an alle, die sich dafür beteiligt haben und die ihre Stimme vergeben haben für mein 200 Abonnenten Special. Okay, also bis dann. Ciao.